Wird das jetzt ein festes Ritual, mein Schatz? Jeden Morgen kommt Pili zum Brötchenlaschen. Lecker, lecker, lecker. Heute mit voll vielen Körnersse. Aber sowas viele Körnersse. Du willst gar nicht die Körner, ne? Du willst das Brot. Gib mir Brot. Verrückte Pili-Maus. Du bist heute so früh, dass noch gar kein anderer da ist. Sogar Ömselbrömsel ist noch in der Hütte. Ich hol mal Ömselbrömsel jetzt raus. Füße killern, Füße killern. Ne, ich bin nicht das Brötchen. Ich bin der Killerfinger. Die Nase. Guck nicht so empört. So, Ömsi kommt gleich, ne?